Yo, hey Leute, hier ist der Gegexer, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Call of Duty Advanced Warfare. In meinem heutigen Video geht es um alle Game-Mods, die wir bisher in Call of Duty Advanced Warfare haben, beziehungsweise die bestätigt wurden. Und ja, da sind auf jeden Fall viele alte Bekannte dabei, aber auch ein paar neue, die auch wirklich ziemlich cool sind. So, als ersten alten bekannten Game-Mod haben wir Team Deathmatch. Und wenn mich nicht alles täuscht, wird das wieder so mit 75 Punkten sein, also 75 Kills. Und ja, ich habe aber auch gehört, dass es dann da 100 Punkte pro Kill gibt, und dass es in Herrschaft oder so, dass es da nur 50 Punkte pro Kill gibt, also dass man quasi in Team Deathmatch auch mehr Punkte pro Kill bekommt, weil jetzt da die Objective-Sachen fehlen. So, als dann wird noch Domination wiederkehren, also Herrschaft, damit hat man ja auch schon gerechnet. Und das wird jetzt wieder so sein, dass es quasi kein Zeitlimit gibt. Also ich glaube, in Ghosts war das so, dass man quasi nur ein Punkte-Limit hat. Und in Black Ops 2 gab es ja auch ein Zeitlimit. Aber dieses Mal wird es wirklich nur ein Punkte-Limit geben. Das heißt auch, dass man wahrscheinlich dann so Herrschaftsrunden ziemlich lang ziehen kann, wenn man mit vollem Team spielt. So, außerdem wird es wieder Search and Rescue aus Ghosts geben, also da, wo man dann quasi noch immer noch die Marken der Gegner einsammeln muss, oder wenn man Marken von Teammates einsammelt, dass sie dann wiederkommen. Und aber auch noch Search and Destroyer, also es wird beide Modes geben. So, dann wird noch Capture the Flag wiederkehren. Und Hardpoint, also Stellung aus Black Ops 2, wird auch wiederkehren, was ja auch wirklich ein ziemlich cooler Modus war. Und dann auch noch bei dem bekannten Modi, Kill Confirmed, also Abschuss bestätigt. Das ist bestimmt auch relativ lustig mit den Exos-Geläten. Ich würde mir interessieren, wie die das machen, weil da ist es ja häufig so, dass man dann einen in der Luft quasi holt, ob dann das Tag dann da oben rumfliegt und ob man dann da hochhüpfen muss, um das zu kriegen oder ob das runterfällt. Aber auf jeden Fall ist das auch bestimmt lustig, weil man dann halt immer auch, wenn der Gegner oben ist, muss man dann auch immer hochjummen, um dann da die Sachen, also die Marken zu bestätigen. So, dann kommen wir zu zwei neuen Modi, nämlich erstes Momentum. Und das ist quasi so ähnlich wie der Modus War in Call of Duty 5, also World at War. Und da ist es quasi so, dass ihr so Gebiete kontrollieren müsst. Wir wissen leider noch nicht genau, wie das aussieht, weil es gibt, glaube ich, noch kein Gameplay, zumindest habe ich keins gefunden. Und auch in dem Livestream haben die bei diesem Modi kein Gameplay gezeigt. Also ihr müsst quasi irgendwie Gebiete kontrollieren und dadurch kriegt ihr dann halt Punkte. Also der, der quasi mehr Gebiete kontrolliert, kriegt dann halt mehr Punkte. Also quasi auch so ein recht klassischer und realistischer Modus. Also es ist ja eher unwahrscheinlich, dass in so einem Krieg da so Flaggen rumstehen, die man dann da immer einnehmen muss. Das ist ja jetzt echt so, dass man da quasi eher so Gebiete halten muss und einnehmen muss. So, und dann noch als letzten neuen Game-Type kommt Uplink. Und das ist wirklich ein ziemlich cooler Modus, obwohl ihn viele irgendwie nicht richtig verstanden haben. Bei Uplink habt ihr quasi so eine kleine Satellitendrohne immer. Also wie so ein kleiner Ball. Und wenn ihr den tragt, dann habt ihr quasi keine Waffe in der Hand. Also dann habt ihr quasi, müsst ihr euch nur auf diesen Ball konzentrieren. Und dann gibt es immer so Kugeln quasi, wo ihr den Ball reinwerfen müsst. Also ja, ihr müsst ihn quasi da reinwerfen. Wenn ihr den reinwirft dann in diese Kugel, dann bekommt ihr einen Punkt. Also dann bekommt euer Team einen Punkt. Und wenn ihr sogar mit dem Ball da reinspringt, dann bekommt ihr sogar zwei Punkte. Also weil das etwas schwieriger ist. Und ja, das finde ich auf jeden Fall einen ziemlich coolen Modus. Also ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt so ein Modus ist, wo man dann Gameplays erspielen kann. Aber es ist auf jeden Fall mit Sicherheit so ein Fun-Modus, wie Partygames oder so. Also man kann ja auf jeden Fall auch noch so Taktiken ausnutzen. Das habe ich auch mal in einem Livestream gesehen. Dann wirft man quasi diesen Ball auf den Gegner zu. Und dann muss er den fangen. Und dadurch hat er dann halt die Waffe, ist die Waffe von ihm weg. Und dann kann man ihn halt killen und dann wieder den Ball aufheben. Also man kann das auch wirklich so einsetzen. Das ist ein ziemlich schneller Modus. Und man muss dann auch immer mit dem Ball gut ziehen können. Also ich finde, der Modus wirkt auf jeden Fall, ja, nach sehr viel Spaß. So, das waren jetzt aber auch alle Gameboards, die wir in Kauf, die die Advanced Dwarfer haben werden. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und das war es für heute. Haut rein, Leute. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat.